Ich habe gerade sogar ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil die Musik ist schon ein bisschen gruselig. Oh. Nee, bewegte es sich immer. Ach, gut. Ich dachte schon. Oh, dicken Popo. Wie Tombi da im Hintergrunner absammeln ist. Mal sehen. Pinke Haare, durchgehende Augenbrauen, bist du... Ja, na klar. Du bist Tombi. Was ist sonst? Eine Schweinetasche aus weiterem Himmel. Ich verstehe. Damit willst du mich fangen. Ich weiß, dass da noch eine Quest offen ist mit Eisbonbons. So, erstmal Eichhörnchenkostüm. Hat mich jetzt auch gewundert, dass wir noch nicht eingefroren sind. Aber ich bleib einfach mal hier oben stehen und hoffe... Wieder in mir drin gespawnt. Das ist mein Ding. Dass ich mich hier hebe. Hohohoho. Ja. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Stelle. Was war das denn? Wo ist denn hier mein... Das war nicht so gut. Ah, verdammt. Nein. Schade. Hoch, hoch, hoch. Ja. Yes. So, was passiert jetzt? Oh, das ging super schnell. Geil. Geil, geil, geil. Super. Super. Eisschweinkostüm. Du hast es geschafft, Tombi. Wenn du dieses Kostüm hast, gerne, selbst als Verfeindemagie anwendest, zieht das Kostüm gegenstelle Blablabla und ein Kreis, dann mit Zaubern. Mit Bedacht. Und was ist das hier? Das böse Eisschweinkostüm, ob man damit seine Gegner wohl auch einfrieren kann. Es schützt außerdem sicher vor Hitze. Dezent gruselig. Da müssen wir bestimmt die Klamotten für benutzen. Zuck, letztes böses Schwein. So, wie sieht das jetzt aus? Oh. Können wir... Moment, kommen wir dann in die ganzen Häuschen rein? Weil die waren ja zugeschneit. Das wäre ja höchst interessant. Ich würde ja gerne wissen, was hier ist. Oh, 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 oh. Ah, ich dachte... Okay. Ich dachte, hier wäre schon böse tot. Aber ich werde jetzt erstmal googeln, wo wir den zweiten Spruch herkriegen, weil irgendwie... Ich denke nicht, dass wir den aus... Moment. Vielleicht kriegen wir den... Von der Kujara Ranch. Weil da sind ja jetzt anscheinend neue Häuschen offen. Vielleicht kriegen wir den ja daher. Sei vorsichtig. Nee, da kommen wir nicht rein. Schade. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, Weihnachten ist auch weg. Ja gut, dann werde ich gerade mal googeln, wie das aussieht mit dem Schoperuch, wo der denn ist. Bis gleich. Okay, wir sind hier, glaube ich, schon einigermaßen richtig. Ähm, denn wir sollen die Kujaras finden. Ich dachte eigentlich, dass wir das schon gemacht hätten. Aber da stand, nachdem man das Evil Ice Pig getötet hat, soll man das machen. Und dann soll man mit Fem reden. Wer auch immer Femm ist. Bist du Femm? Die Dinge versteckt, die Leute, ne? Das ist wirklich... Bist du Femm? Kennst du diese Stiegelnwürmchen? Das ist lustige Musik. Aber die Viecher sind immer noch da. Naja gut, aber... Jetzt komme ich hinten an die eine Kiste dran. Zauber-Saft. Mit nem... DIGGEN EDELSTEIN. Äh... Die Musik ist cool. Gefällt mir. So. Vielleicht ist die hier wirklich... Oh, guck mal. Halbe Lebensenergie erhalten. So. Vielleicht ist er hier... Ne. Noch ne halbe Lebensenergie erhalten. Wut, wut, wut. Ähm... Tja. Wer ist denn Femm? Bist du Femm? Aber hier müsste der... Ja, der Werkzeug... Ach ne, hier ist gar nichts drin. Hält mich doch. Was ist denn? Zauberwasser. Bist du Femm? Dank euch ist das ganze Eis weg. Ah. Das hilft uns sehr. Ihr habt die Schweine besiegt. Du hast das Schweinekostüm. Mit dem Zaubermeter kannst du Gegner besser einholen. Was? Denk dran. Ja, das... Klingt mir jetzt sehr wenig. Oder warst du hier unten? Hm. Hm. Tür im Rampenlicht. Was soll ich noch sagen? Nimmst du nicht nur Frieden. Sollt ihr wissen, dass der Wummerang Eis... Feuer, wo Wasser scheitert, bewährt sich Eis. So, so. Ist dann Femm ganz da oben, oder was? Oder ist das die Dame in dem Schuppen? Aber es würde voll keinen Sinn machen, wenn ich jetzt nochmal mit... Das würde voll keinen Sinn machen, wenn ich mit der jetzt nochmal quatschen müsse. Ich habe die Musik falsch nachgemacht. Dann gehen wir erstmal hier rein. Toll, ein Meister. Wollt ihr nochmal? Nein, ich will nicht nochmal. Hm. Hm. Ja, stimmt. Wir haben ja auch noch die kleinen Mädels da. Räum dich noch? Dann haben wir noch den Typen, der da hinten in dem Verbindungsstück steht. Soll der Fluch gebrochen ist, ist es wärmer, aber wir müssen wachsam sein. Hüte dich vor Feuer, wenn du mit... Toradaka Öl bedeckt wirst, sonst verbrennst du. Dann gehen wir mal hier noch rein. Im Moment wird hier nichts zu finden. Wie sehen die denn aus? Wir haben auch keine Federn mehr. Bist du Femme? Hey Jungs! Habt ihr es gesehen? Die Ranch! Der Schweinezauber ist gebrochen. Das wart ihr, oder? Wow, das ist klasse! Es gibt dann nur noch ein Problem. Wah? Es ist toll, dass ihr den Schweinezauber gebrochen habt. Aber jetzt ist es wieder warm und ich muss die Kucharas scheren. Die Kucharas scheren? Die Kucharas scheren? Ja. Ihr Pelz ist in der Kälte gewachsen, aber als ich die ersten beiden schwor, liefen die anderen drei weg. Und jetzt? Ah! Ich muss sie ja auch scheren. Ich muss sie ja auch scheren.